Es waren zwei Gönigskräfte, ich glaube, sie hatten sich lieb, die konnten zusammen nicht umhören. Wie einst dies ein Dichter versprich, der Fried, der lieb unser Festlos, er betrachte doch seinen Grund. Und was hat die Prinzessin wederlaufen, schön, warum wäre er nicht, warum, wenn du, wenn du. Da hat nun die Dame, Prinzessin, getrieben ein grausches Spiel. Sie gab ihre Hand, meine Handel, und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädigste Dame, Prinzessin, du tatest allein gar nicht sprechen, du bist auch nicht besser als andere. Du schmatter, du kämmer, du schmatter, du schmatter, du schmatter, du schmatterst. Doch ich glaub, dass ich mich vom Fränken... Ha-ha! Da täuschtest du mich! Im Traum, wie ich nicht daran denke, das halte der Prinz und mich nicht. Da nehme ich mich! Und bei dieser Sache, der Prinz muss! Da nehme ich mich! Ihr sei nicht vergönnt! Gott ist mir irgendwann begann. Das tue ich auch! Komm, bin ich! Komm, bin ich! Komm, bin ich! Wohin? Ich! Dort, wo ich zu Hause gehe! Ich gehe zu Maximum, wann wir dich sehen! Ich komme zu meinem Mann, ich komme zu meinem Mann! Lass mich! Lass mich! Klo, klo! Ich gehe zu diesem Mann! Ich gehe zu meinem 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 Mann! ά tablespoons! Untertitelung des ZDF, 2020